Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft. Willkommen zu einer weiteren Folge Craft Tech 10. Eine Folge, in die ich ein kleines bisschen Arbeit reingesteckt habe. Sieben Tage habe ich durchgearbeitet. Die letzten sieben Tage habe ich geackert mit anderen Menschen zusammen, um das Unmögliche möglich zu machen. Hier auf Craft Tech und jetzt geht es, jetzt direkt in der zweiten Woche von Craft Tech sind wir in der Möglichkeit uns zu teleportieren. Wir müssen uns nur einmal ausloggen, einloggen. Wir werden zu einem Hub gebracht. Das hier ist unser Port Hub. Wir werfen hier eine Enderperle rein. Wir haben zwei riesengroße Portale, die da starten. Ihr seht die Portale starten, fahren hoch und sobald diese Portale bereit sind, das Portal ist bereit, das Portal ist bereit, kann ich durch das Portal durchgehen und lande sofort, instant, ohne Verzögerung. Hier beispielsweise in Mud City. Leute, wenn euch das gefällt, ist dies der Moment, wo ihr diesen YouTube-Kanal unterstützen könnt. Mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar und mit einem Abonnement, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen möchtet. Leute, ich kann voller Stolz sagen, das Teleport-System in Craft Attack ist fertig. Und am Wochenende, am Samstagabend, werden wir das verkaufen im Shopping-District. Und boy, Leute, ich zeige euch mal, wie schnell wir in den Shopping-District gehen können. Es ist wirklich die schnellste Art zu reisen. Was denkt ihr? Über Nether Hub, zu fliegen, Hydro Loop oder andere Möglichkeiten? Keine Chance. Das ist das Schnellste. Ich möchte ein Shopping-District. Achtung, fertig, los. Ich logge mich aus. Ich logge mich ein. Ich werde zum Hub gebracht, bekomme eine Enderperle, werfe die Enderperle hier rein und kann direkt zum Portal des Shopping-Districts laufen. Da ist das Portal des Shopping-Districts. Das Portal bootet und ich kann durchgehen. Und zack, schon bin ich da, im Shopping-District. Muss nur noch meine Enderperle hier nochmal reinwerfen und alles ist geschafft. Wir sind da. Und wir sind direkt am Hauptplaza des Shopping-Districts gelandet. Also hier, wo auch der Raketen-Shop ist und viele weitere Shops sind. Und ihr merkt schon, ihr merkt, wie verrückt das System ist. Schaut gerne zu am Samstagabend, wenn wir das System im Shopping-District verkaufen werden. Und es gibt noch vieles zu tun. Ich habe zum Beispiel so geile Idee noch. Hier beim Shopping-District möchte ich gerne eine Glaswand machen, dass diese ganzen Kammern hier hinter einer Glaswand sind und dann soll sich die Glaswand öffnen, sobald man teleportiert wird, dass man hier rausgehen kann. Und dann schließt sich die Glaswand wieder, dass da niemand rangehen kann. Aber ihr fragt euch jetzt, wie zur Hölle funktioniert das? Das ist gar nicht mal so falsch, wenn ihr euch das fragt, denn es funktioniert unter anderem mit der Hölle. Ich werde mal versuchen, euch grob zu erklären, was hier abgeht. Und da geht einiges ab. Erstmal, wie funktioniert die ganze Sache mit dem Schlafen? Äh, wie funktioniert die ganze Sache mit dem Teleportieren? Das ist die erste Sache. Und zwar, wir haben die Möglichkeit, mit Katzen zu detekten, ob ein Spieler eingeloggt oder ausgeloggt ist. Ihr seht hier unten Katzen. Und das ist ein Design von To Know To Name. Ziemlich geile Sache. Die Katzen werden die ganze Zeit hier... Das sieht ein bisschen verkehrt aus, ist es aber nicht. Nein, das ist eine Katzen-Massage-Maschine. Aber was passiert ist folgendes. In der Kiste ist ein Item drin und durch den Pisten werden die Katzen die ganze Zeit rauf und runter gesetzt. Ihr seht, die wollen sich die ganze Zeit auf die Kiste draufsetzen. Wenn ihr genau hinguckt, versucht sich die Katze die ganze Zeit zu setzen, schafft es aber nicht. Und sobald der Spieler ausgeloggt ist, kann sich die Katze hinsetzen. Das heißt, die Kiste gibt dann kein Output mehr. Und das bedeutet, die Besonderheit ist, Katzen setzen sich hin, sobald ein Spieler den Server verlässt. Und damit können wir ein Redstone-Signal bekommen. Das heißt, ich habe ein Redstone, was an ist, wenn ein Spieler online ist und was aus ist, wenn ein Spieler offline ist. Beispielsweise bei der Katze hier. Das ist Rivensides-Katze. So, oder... Ne, das ist SpaceX-Katze und das ist Rivensides-Katze. Ihr seht, die beiden Spieler sind gerade nicht online. Klim ist gerade online. Und was jetzt passiert ist folgendes. Sobald ich mich ein- und auslogge, kann diese Technik folgendes erkennen. Wenn ich mich auslogge, startet ein Countdown. Fünf Sekunden. Nachdem dieser Countdown abgelaufen ist, macht die Technik gar nichts mehr. Jetzt macht sie gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Server gehe, passiert auch nichts. Ich werde auch nicht teleportiert. Aber wenn ich ein Reconnect mache, also rausgehe und direkt reingehe, dann schaltet diese Technik und ich werde teleportiert. Automatisch bekomme ich zwei Enderperlen ausgespuckt und jetzt geht erst so richtig die Post ab. Denn jetzt startet hier ein Redstone-Computer. Ein echter, richtiger Redstone-Computer. Und dieser echte, richtige Redstone-Computer sendet nun über eine Datenleitung. Und ihr merkt schon, hier wird es ein bisschen schwierig, das auch zu erklären, wie es funktioniert. Es gibt aber Tutorials auf meinem YouTube-Kanal. Sucht mal auf YouTube nach TheJokeCraft Grafikkarte Tutorial. Dann wird euch einige der Technik, die ich hier gebaut habe, bestimmt bekannt vorkommen. Aber was passiert ist folgendes. Sobald ich mich jetzt ein- und auslogge, starten hier Chunk-Loader. Diese Chunk-Loader laden mit Nether-Portals erstmal eine Strecke. Und zwar so eine Strecke hier. Das ist eine Kabelstrecke. Und ihr seht, wie diese Kabelstrecke aussieht. Wir haben in der Mitte ein Datenkabel, wir haben rechts eine Insta-Wire und wir haben links eine Insta-Wire. Um es euch kurz zu erklären, was passiert. Wir haben die Chunk-Loader. Chunk-Loading ist ganz einfach. Einfach, man muss Items in die Hölle schießen und aus der Hölle wieder zurückschießen. That's it. Schon sind Chunks geladen. Und hier passiert Folgendes. In der Mitte haben wir ein Datenkabel. Dieses Kabel sagt per Computerdaten, also Binär 0 und 1, welcher Spieler teleportiert werden soll. Aber der Spieler ist dann noch nicht teleportiert. Es sagt einfach nur dem Gegenstück, ey, es könnte sein, dass sich TheJokeCraft gleich zu dir teleportiert. Und das Gegenstück antwortet dann mit einer Insta-Leitung. Also eine Leitung, die ohne Verzögerung antwortet. Das macht diese Leitung hier. Ihr seht, keine Verzögerung. Die Leitung schaltet auf einmal. Ihr seht, so ein bisschen die Repeater verzögern das. Und diese Leitung sagt dann, okay, ich bin ready. Und wenn dann diese Leitung, die zweite Insta-Leitung, triggert, dann wird der Teleport ausgeführt. Wenn ihr die letzten Videos auf meinem YouTube-Kanal gesehen habt, dann werdet ihr gesehen haben, wie lange ich daran gearbeitet habe. Und ich habe jetzt wirklich sieben Tage durchgearbeitet dafür. Wichtig ist auch noch zu wissen, nach einer Zeit schalten sich die Portale aus. Auch die Chunkloader schalten sich aus, damit hier kein Leck auf dem Server generiert wird. Das ganze System ist auf Performance getrimmt. Und wir sehen zum Beispiel hier, kann ich einen Spieler auswählen. So, Spieler Nummer 3. Und guckt euch das mal an, wie schnell die Portale starten. Also das rechte Portal braucht länger als das linke Portal. Das linke Portal geht zum Shopping-District, ist jetzt ready. Und das rechte ist jetzt ready. Und jetzt würde Spieler Nummer 3 teleportiert werden. Angenommen, ich möchte teleportiert werden, dann wähle ich mich natürlich aus. Ich bin die Nummer 7. So, das heißt, ich wähle mich aus. Die Portale gehen jetzt in ein Reboot und starten neu und senden jetzt die neue Spielerinformation ans Gegenstück. Und sobald sie eine Antwort bekommen, schalten sie frei. Wir können auch mal gucken. Nehmen wir das Portal nach Mud City. Und wir warten mal, wir warten mal, wir warten mal. Das Shopping ist frei und Mud City ist auch ready. Ich kann durchlaufen. Und 3, 2, 1. Ich werde einfach sofort teleportiert. Und zwar, weil diese Station, die wir hier haben, das hier ist eine Teleporter-Station, die bereitet sich schon darauf vor. Das heißt, die wartet darauf nur noch, dass ich mich teleportiere. Die Station, in dem Moment, in dem ich mich aus- und einlogge, bereitet sie sich schon darauf vor, dass ich mich dahin teleportieren könnte und wartet dann nur noch auf die Bestätigung. So funktioniert's. Und das ist ziemlich abgefahren in Redstone-Technik. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr wirklich super viel dazu. Es gibt auch viele Tutorials. Und wenn ihr die alle sehen möchtet, schaut euch gerne mal vorbei. So, jetzt komme ich hier nicht durch. Hallo. So, sehr nice. Aber das war's noch nicht. Das System wird noch viel, viel größer. Ihr seht, sobald ich mich hierhin bewege zum Spawnen, wird automatisch der Spieler, der sich als erstes hierhin teleportiert hat, ausgewählt. Also, wenn sich zwei Spieler hierhin teleportieren, dann wird immer nur ein Spieler ausgewählt. Für den Fall zum Beispiel, dass sich jetzt Klüm hierher teleportiert und ich mich her teleportiere, aber Klüm gerne durch ein Portal gehen möchte, muss Klüm einmal hier unten sich auswählen. Das heißt, er muss dann quasi seinen Namen einmal hier auswählen. Und ansonsten schalten sich diese Portale, wie gesagt, nach zwei Minuten von alleine aus. Noch eine Besonderheit ist, ihr seht da ein Wasserfahrstuhl. Und ihr seht, der Wasserfahrstuhl ist mit Magma. Das heißt, der saugt gerade nach unten. Sobald ich mich diesem Wasserfahrstuhl nähere, schaltet der automatisch um auf Soul Sand. Da kann ich hier reingehen. Und wo bin ich eigentlich die ganze Zeit? Ja, ihr seht schon, wir sind hier unterm Spawn. Das heißt, ich kann mich mit dem System nicht nur in den Shopping District teleportieren. Ich kann mich nicht noch nach Mud City teleportieren, sondern ich kann auch einfach hier zum Spawn gehen. Und vom Spawn kann ich überall gratis hinfliegen. Das heißt, egal wo ich auf der ganzen Karte bin, alles was ich machen muss, ist mich ausloggen, einloggen. Es dauert ein paar Sekunden. Und ihr seht, ich komme hier raus bei dem Portalsystem. Ich werfe eine Enderperle rein. Und während ich hier schon rauskomme, starten die Portale. Das heißt, allein die Zeit, die ich brauche, um hier hinzulaufen, jetzt haben sie sich ausgeschaltet. Jetzt sind sie, jetzt sind sie zwei Minuten um. Jetzt gerade waren meine zwei Minuten um. Das Portal war Select. Könnt ihr mal messen. So. Also, nochmal, wenn ich mich hier hinporte. Während ich mich hinporte, starten die Portale. Ist dort ein paar Sekunden. Sie fahren hoch. Und ich kann einfach, zack, mich sofort in den Shopping District teleportieren. Also die Zeit ist echt wirklich, wirklich schnell, wie ihr gerade merkt. Und ich bin sehr begeistert, dass das so zuverlässig und gut funktioniert. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde mit diesem System noch viel mehr arbeiten. Aber jetzt kann CraftyTick erstmal so richtig beginnen. Ich habe noch große Redstone-Vorhaben vor. Ich habe gerade erst begonnen. Ich habe mich gerade erst warm gelaufen. Wenn es euch gefällt, liebe Leute, lasst gerne ein Like da. Und in diesem Sinne macht es gut. Bis bald und ciao, Leute.